Der Narr liest die Aussage des Randolph Carter von H.P. Lovecraft Ich kann nur wiederholen, Gentlemen, dass Ihre Befragung sinnlos ist. Halten Sie mich hier fest, solange Sie wollen. Sperren Sie mich ein oder richten Sie mich hin, wenn Sie ein Bauernopfer brauchen, um die Illusion, die Sie Gerechtigkeit nennen, aufrechtzuerhalten. Doch ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als ich schon gesagt habe. Alles, woran ich mich erinnere, habe ich Ihnen ganz offen mitgeteilt. Ich habe nichts übertrieben oder verheimlicht und sollte noch etwas unklar sein, so liegt das an der dunklen Wolke, die meinen Verstand umhüllt, an dieser Wolke und der nebulösen Natur des Grauens, das sie über mich gebracht hat. Ich wiederhole noch einmal, dass ich nicht weiß, was aus Harley Warren geworden ist, auch wenn ich glaube, ja, geradezu hoffe, dass er Frieden gefunden hat, sollte es diesen gesegneten Zustand überhaupt geben. Es ist wahr, dass ich fünf Jahre lang sein engster Freund gewesen bin und zum Teil an seinen schrecklichen Nachforschungen des Unbekannten Teilnahmen. Auch wenn meine Erinnerung unsicher und unklar ist, will ich gar nicht abstreiten, dass Ihr Zeuge uns beide auf der Gainesville Pike gesehen haben kann und dass wir, wie er sagt, in jener schrecklichen Nacht um halb zwölf in Richtung des großen Zypressensumpfes gingen. Dass wir Taschendampen, Spaten und eine sonderbare Drahtspule mit daran angeschlossenen Geräten bei uns trugen, kann ich sogar bestätigen, denn all diese Dinge spielen eine Rolle in der einen grausigen Szene, die sich in mein erschüttertes Gedächtnis eingebrannt hat. Doch was dann folgte und warum man mich am nächsten Morgen allein und benommen am Rand des Sumpfes fand, ich muss darauf beharren, dass ich nicht mehr weiß als das, was ich Ihnen ja wieder und wieder erzählt habe. Sie meinen, es gebe im Sumpf und dessen Umgebung nichts, was den Schauplatz dieser entsetzlichen Episode bilden könnte. Ich kann nur wiederholen, dass ich nicht mehr weiß als das, was ich gesehen habe. Mag es nun Einbildung oder ein Albtraum gewesen sein? Ich hoffe inständig, dass es nur Einbildung oder ein Albtraum gewesen ist. Es ist jedenfalls alles, was in meiner Erinnerung übrig ist von den Geschehnissen in jenen fürchterlichen Stunden, als wir aus der Sicht der Menschen verschwunden waren. Und warum Harley Warren nicht zurückkam, das weiß allein er oder sein Schatten oder ein namenloses Ding, das ich nicht beschreiben kann. Wie ich bereits sagte, waren mir Harley Warrens merkwürdige Untersuchungen sehr vertraut, und bis zu einem gewissen Maß arbeitete ich selbst an ihnen mit. Aus seiner gewaltigen Sammlung seltsamer, seltener Bücher über verbotene Themen habe ich alle gelesen, die in einer Sprache verfasst sind, die ich verstehe, doch das waren nur wenige im Vergleich zu denen, deren Sprache ich nicht beherrsche. Die meisten davon, schätze ich, sind Arabisch, und das teuflische Buch, das das Ende herbeiführte, das Buch, das er beim Verlassen dieser Welt in seiner Tasche trug, war in Schriftzeichen geschrieben, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Warren wollte mir nie sagen, was in diesem Buch stand. Was unsere Forschungen angeht, muss ich nochmals wiederholen, dass ich nicht länger über meine vollen Geisteskräfte verfüge, und das scheint mir eine Gnade zu sein, denn es handelte sich um schreckliche Forschungen, denen ich eher aus zögerlicher Faszination, denn aus echter Neigung nachging. Warren war sehr dominant, und manchmal hatte ich Angst vor ihm. Ich weiß noch, wie es mir in der Nacht vor dem schrecklichen Geschehen vor seinem Gesichtsausdruck graute, als er unablässig von seiner Theorie sprach, weshalb bestimmte Leichen nie verwesen, sondern tausend Jahre fest und fett in ihren Gräbern ruhen. Doch inzwischen habe ich keine Angst mehr vor ihm, denn ich vermute, dass er Schrecken jenseits meiner Vorstellungskraft erlebt hat. Jetzt habe ich Angst um ihn. Noch einmal muss ich Ihnen versichern, dass ich keine klare Vorstellung davon habe, was wir in jener Nacht eigentlich vorhatten. Es hatte sicherlich mit diesem Buch zu tun, das Warren bei sich trug, dieses uralte Buch mit den unlesbaren Schriftzeichen, das ihn einen Monat zuvor aus Indien erreicht hatte. Doch ich schwöre, dass ich nicht weiß, was wir zu finden erwarteten. Ihr Zeuge sagt, dass er uns um halb zwölf auf der Gainesville Pike sah, unterwegs in Richtung des großen Zypressensumpfes. Das trifft wahrscheinlich zu, aber ich kann mich nicht klar daran erinnern. Das Bild, das sich in meine Seele gebrannt hat, zeigt nur eine Szene, die sich lange nach mit der Nacht zugetragen haben muss, denn der sinkende Halbmond stand hoch am Dunstumwölkten Himmel. Der Ort war ein uralter Friedhof, so alt, dass ich angesichts der vielen Zeichen unermesslicher Jahre erschauderte. Er befand sich in einem tiefen, feuchten Talkessel, überwuchert von wilden Gräsern, Moos und eigenartigem kriechenden Unkraut und erfüllt von einem undefinierbaren Gestank, den meine Fantasie absurderweise mit verfaulendem Gestein in Verbindung brachte. Überall waren die Anzeichen von Vernachlässigung und Verfall zu sehen, und mich beschlich der Gedanke, Warren und ich seien seit Jahrhunderten die ersten Lebewesen, die in diese tödliche Stille einbrachen. Über den Rand des Tales spähte ein fahler, abnehmender Sichelmond durch widerwärtige Dünste, die aus unbekannten Katakomben aufzusteigen schienen, und in den schwachen, unsteten Mondstrahlen konnte ich ein abstoßendes Aufgebot uralter Grabplatten, Urnen, Ehrengräber und Mausoleumsfassaden erkennen, alle bröckelnd, moosbedeckt, von einem feuchten Film überzogen und teilweise von der eklend Üppigkeit ungesunder Vegetation verborgen. Der erste lebhafte Eindruck meiner eigenen Anwesenheit in dieser schrecklichen Nekropole setzt ein, als ich mit Warren vor einer halb zerstörten Grabstätte stehen blieb und einige der Lasten, die wir anscheinend hergetragen hatten, auf den Boden fallen ließ. Nun sah ich, dass ich eine Taschenlampe und zwei Spaten bei mir trug, während mein Begleiter mit einer ähnlichen Lampe und einem tragbaren Telefongerät ausgerüstet war. Kein Wort wurde gesprochen, denn der Ort und unsere Aufgabe schienen uns bekannt zu sein. Ohne zu zögern ergriffen wir unsere Spaten und machten uns daran, Gräser, Unkraut und abgetragene Erde von der flachen, altertümlichen Grabstelle zu entfernen. Nachdem wir die gesamte Oberfläche, die aus drei riesigen Granittafeln bestand, befreit hatten, gingen wir einige Schritte zurück, um die morbide Szenerie zu betrachten. Warren schien im Geiste irgendwelchen Berechnungen nachzugehen. Dann ging ihr zu der Grabstätte zurück und benutzte seinen Spaten als Hebel, um die Platte anzuheben, die gleich neben einem Haufen Steine lag, der vielleicht mal ein Mahnmal gebildet hatte. Es gelang ihm nicht und er forderte mich auf, ihm zu helfen. Mit vereinten Kräften gelang es uns schließlich, den Stein zu lockern, anzuheben und zur Seite zu kippen. Durch das Entfernen der Platte kam eine schwarze Öffnung zum Vorstein, der ein Ausfluß unreiner Faulgase entströmte, so ekelerregend, dass wir entsetzt zurückwichen. Nach einer Weile näherten wir uns wieder dem Grab und fanden die Ausdünstungen nicht mehr ganz so unerträglich. Unsere Lampen enthüllten uns den Beginn einer steinernen Treppe, tief nass von den widerlichen Sekreten der Erde und umgrenzt von feuchten Wänden, die mit Salpeter verkrustet waren. Und jetzt erinnere ich mich der ersten gesprochenen Worte. Warren sprach mich mit seiner weichen Tenor-Stimme an, eine Stimme, die eigenartig unberührt angesichts dieser grausigen Umgebung klang. »Ich muss dich leider bitten, hier an der Oberfläche zu bleiben,« sagte er, »denn es wäre ein Verbrechen, jemanden mit deinen schwachen Nerven dort mit hinunterzunehmen. Trotz allem, was du gelesen hast und was ich dir erzählt habe, hast du keine Vorstellung davon, was mich dort erwartet und was ich erledigen muss.« Es ist eine teuflische Arbeit, Kater, und ich bezweifle, dass ein Mann, dessen Nerven nicht aus Stahl sind, sie durchführen und lebendig und bei klarem Verstand wieder heraufkommen kann. Ich möchte dich nicht beleidigen. Und der Himmel weiß, wie gern ich dich an meiner Seite hätte, doch in gewisser Weise ruht die Verantwortung auf mir. Und ich könnte ein Nervenbündel wie dich da unten nicht gebrauchen, weil das den Wahnsinn oder den sicheren Tod bedeutet. Glaub mir, du hast keine Vorstellung davon, um was es wirklich geht. Aber ich verspreche dir, dass ich dich über das Telefon, über jeden meiner Schritte auf dem Laufenden halte. Du siehst, ich habe hier genügend Kabel dabei, um damit zum Mittelpunkt der Erde und wieder zurückzulaufen. Ich höre noch immer diese kühn gesprochenen Worte, und ich erinnere mich, dass ich protestierte. Offenbar war ich regelrecht darauf versessen, meinen Freund in die Tiefe des Grabes zu begleiten, doch er gab nicht nach. Irgendwann drohte er sogar, das ganze Experiment zu beenden, sollte ich weiter darauf beharren. Eine effektive Drohung, da ja nur er allein die Sache ganz erfasste. An all das kann ich mich noch erinnern, auch wenn ich nicht mehr weiß, wonach wir überhaupt suchten. Nachdem ich meine zögerliche Zustimmung zu seinem Vorhaben gegeben hatte, nahm Warren die Rolle mit dem Kabel und klemmte die Telefone an. Auf seinen Nicken hin nahm ich eines davon und setzte mich auf einen vom Alter verblichenen Grabstein dicht bei der frischen Öffnung. Warren schüttelte mir noch die Hand, schlang die Kabelrolle über die Schulter und verschwand in diesem unbeschreiblichen Beinhaus. Eine Minute lang sah ich noch das Glühen seiner Taschenlampe und hörte das Rasseln des Drahtes, den er hinter sich herzog. Dann erlosch das Glühen abrupt, als wäre er um eine Biegung der Treppe gebogen, und ebenso rasch erstarb jedes Geräusch. Ich war allein und doch mit den unbekannten Tiefen verbunden über die magischen Kabel, deren Isolierung im launischen Licht des abnehmenden Mondes grün schimmerte. Ich sah im Licht meiner Taschenlampe fortdauernd auf die Uhr und lauschte fieberhaft in den Telefonhörer, hörte aber über eine Viertelstunde lang nichts. Dann vernahm ich ein leises Klicken im Gerät und mit gepresster Stimme rief ich nach meinem Freund da unten. So besorgt ich auch wahr, ich war nicht vorbereitet auf die Worte, die aus der unheimlichen Gruft herauftrangen. Sie klangen ängstlich, erregt, anders als alles, was ich zuvor von Harley Warren gehört hatte. Er, der sich gerade noch so selbstsicher verabschiedet hatte, sprach nun von dort unten zu mir mit einem zittrigen Flüstern, das bedrohlicher wirkte als der lauteste Schrei. »Gott, wenn du sehen könntest, was ich hier sehe!« Ich konnte nicht antworten. Stumm wartete ich ab. Dann vernahm ich wieder die panischen Worte. »Kater, es ist schrecklich, ungeheuerlich, unfassbar!« Dieses Mal versagte mir die Stimme nicht, und ich rief eine Flut aufgeregter Fragen in den Hörer. »Panisch wiederholte ich immer wieder, Warren, was ist da, was ist da?« Doch einmal erklang die Stimme meines Freundes noch immer heiser vor Furcht und jetzt offenbar von Verzweiflung ergriffen. »Das kann ich dir nicht sagen, Kater. Es ist weit jenseits des Vorstellbaren. Ich wage nicht, es dir zu beschreiben.« »Kein Mensch könnte mit diesem Wissen weiterleben, großer Gott! Das hätte ich mir nie träumen lassen!« Wieder Stille, mit Ausnahme meiner stockenden Fragenflut, dann die Stimme Warrens in einem Tonfall wilder Fassungslosigkeit. »Kater, um der Liebe Gottes willen, schieb die Grabplatte zurück auf ihren Platz und verschwinde von hier, wenn du es kannst. Rasch! Lass alles liegen! Flieh von diesem Ort! Das ist deine einzige Chance! Tu, was ich dir sag, und stell keine Fragen!« Ich verstand, vermochte aber nur, meine panischen Fragen zu wiederholen. Mich umgaben Gräber und Finsternis und Schatten. Unter mir befand sich eine Gefahr jenseits des menschlichen Fassungsvermögens. Doch war mein Freund in größerer Bedrängnis als ich, und trotz meiner Angst verspürte ich so etwas wie Groll darüber, dass er mich für fähig hielt, ihn in einer solchen Lage zurückzulassen.« Wieder klickte es mehrmals, und nach einer Pause erklang ein kläglicher Schrei von Warren. »Hau ab! Um Gottes willen, schieb die Platte drauf und hau ab, Kater!« Etwas in dieser Ausdrucksweise meines verstörten Gefährten brachte meine Handlungsfähigkeit zurück. Ich faßte meinen Entschluss und rief ihm zu. »Warren, reiß dich zusammen, ich komme runter!« Doch auf diese Ankündigung antwortete mein Zuhörer mit einem Schrei reinster Verzweiflung. »Nein! Du kannst es nicht begreifen! Es ist zu spät! Und meine eigene Schuld! Schieb die Platte zurück und lauf! Es gibt nichts, was du oder sonst jemand jetzt doch tun könnte!« Wieder veränderte sich sein Tonfall. Jetzt klang er weicher, nach hoffnungsloser Resignation. Und doch hörte ich die ängstliche Erregung weiter heraus. »Schnell! Bevor es zu spät ist!« Ich hörte nicht auf ihn, versuchte, die Betäubung zu lösen, die mich gefangen hielt und mein Vorhaben auszuführen, ihm dort unten zur Hilfe zu kommen. Doch sein nächstes Flüstern fand mich noch immer reglos in den kettenblanken Horrors. »Kater! Beeil dich! Es ist sinnlos! Du musst gehen! Besser einer als zwei! Die Grabplatte!« Stille. Weiteres Klicken. Dann Warrens schwache Stimme. »Es ist fast vorbei!« »Mach es nicht schlimmer! Versperre diese verfluchte Treppe und renn um dein Leben! Du verlierst Zeit! Lebe wohl, Kater! Werde dich nicht wiedersehen!« An dieser Stelle schwoll Katers Flüstern zu einem Schrei an, einem Schrei, der allmählich zu einem Kreischen wurde, erfüllt von Grauen aller Zeitalter. »Erflucht! Zeit ist Teufl's Brut! Hier schon! Mein Gott! Hau ab! Hau ab! Hau ab!« Danach war es still. Ich weiß nicht, wie unermesslich lange ich wie betäubt da saß und in dieses Telefon flüsterte, murmelte, brüllte und schrie immer und immer wieder. »Warren! Warren! Antworte mir! Bist du noch da?« Und dann kam das unübertroffene Grauen, das unglaubliche, unvorstellbare, geradezu unaussprechliche. Ich habe gesagt, dass seit Warrens letzter verzweifelter Warnung ein unermesslicher Zeitraum verstrichen zu sein schien und dass nur noch meine eigenen Rufe die entsetzliche Stille zerrissen. Doch nach einer Weile klickte es wieder im Hörer, und ich lauschte gebannt. Wieder rief ich. »Warren! Bist du noch da?« Als Antwort hörte ich das, was mich überschnappen ließ. »Ich werde nicht versuchen, Gentlemen, eine Erklärung für diese Stimme zu finden. Ich kann sie auch nicht genauer beschreiben, da ich schon nach den ersten Worten die Besinnung verlor und in ein schwarzes Loch fiel, aus dem ich erst im Krankenhaus wieder erwachte. Soll ich sagen, dass diese Stimme tief war, hohl, gallertartig, weit entfernt, nicht von dieser Welt, seelendos, körperlos? Was kann ich sagen? Es war das Ende meines Erlebnisses, und es ist das Ende meiner Geschichte. Ich hörte sie, und dann weiß ich nichts mehr. Hörte sie, während ich wie versteinert auf diesem unbekannten Friedhof in der Talsenke saß, inmitten bröckelnder Steine eingestürzter Gräber, wildwuchernder Vegetation und giftiger Dünste. Hörte sie aus den unauslotbaren Tiefen dieses verdammten offenen Grabes, während ich zusah, wie unförmige, aasfressende Schatten unter dem verfluchten, abnehmenden Mond tanzten. Und dies hat die Stimme gesagt. Donar, Warren ist tot. Donar, Warren ist tot. Donar, Warren ist tot. Donar, Warren ist tot. Donar, Warren ist tot.